Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Beidos G2 Shadows of Amp. So, erstmal aus dem Pausenmodus raus. Wir sind immer noch in Kangaks Fähre, die scheinbar immer noch in den Slums ist, laut Markierung. Aber auch irgendwie nicht. Ja. Wir müssen noch hier den Maschinenraum fertig machen. Also erstmal gucken wir uns hier noch nach Fallen rum, wenn wir uns den Witterwolf-Pelz schnappen, der was wert ist. Und wir müssen viel zu viel Zeug mal wieder im Inventar haben. Äh, ja. Bede ist voll, supi. Eisfäule, hey. Ey, die helfen vielleicht gegen die Feuergegner im anderen Raum. Minsk ist schon überfüllt. Ja. Das ist eine Wolfspelz-Tasche und das heißt ein Winterwolfspelz, der kann also verkauft werden. Auch wenn ich nicht gerne Wölfe töte. So, wir müssen Airy noch heilen dann. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Leichtfüßig und so. Das hatten wir schon geplündert, soweit ich weiß. Ja. Okay, wir können also wieder erstmal hier zurück. Quicksave machen, weil hinter dem Raum geht es doch einigermaßen Gas sticht zu. Na? Okay, rauch mir viel. Hm. Komm ruhig her. Ja, die machen diese scheiß Verbrennung. Und das höhere Feuer in der Mitte ist, um durchdrehen. Okay. Okay. So, da kommt mal alle schön hier raus. Hm, nur Heilung. Ich hasse diese Angriffe. Richtig. Richtig. So, da hat der Gehfried. Der ist heute ja nicht mal weg. Ah, ist tot. Okay. Ja, Minsk beim Zaubern. Passt so irgendwie gar nicht zu Minsk. Okay, Yoshimo. Such hier mal nach Fallen. Ich habe nämlich das Gefühl, diese Düsen könnten wieder mit Fallen gespickt sein. Sind sie auch? Ein Magma mit dem Feet. Okay. Dummdi-Dum. So, das war ein Magma mit dem Feet. Ich entsinne mich. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ein Höllenhund, der Odem hat. So. Noch ein Odem, äh, Hüllenhund. Ein Odemhund, ja. Das Schwert. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann mal ein besseres Schwert für Minsk. So. Doch, eine Hitzewellen, die von diesem Gerät ausgehen, posieren durch den ganzen Raum. Hm, was möchtet ihr? Oh, hier gibt es schönes Zeug. Der Stabschleute zum Beispiel, Feuerfeile. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Die Stabschleute kannst du wahrscheinlich auch nicht in Feuer stecken. Plus zwei. Kann nicht verwendet werden von Mönchen. Hm, aber eher was fürs Verkaufen. Damit kann ich nur großartig Feuer-Dementaren so beschwören. Das ist nämlich nur eine, eigentlich nur Zweier-Waffe. Eri hat da ja... Na, okay, sie hat einen Einser-Streitkolben. Sie trägt dafür aber auch ein Schild der Harmonie, was ihre Rüstungskasse erhüllt. Also eigentlich bräuchten wir eine Einhand-Waffe für sie. Für sie nutzen könnte. Ach ja, füllen wir hier bei Thalisa den Trank nach. Zauber zum Verkaufen. Ein Schild. Was wir nicht identifizieren können. Wer hat noch nicht identifiziertes Zeug? Er hier. Ja, okay. Gut, wenn ich mir die beiden Türen so ansehe, müssten die vielleicht in denselben Raum führen? Ah, fast. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet. Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen. Gucken wir mal, was da unten ist. Ich stimme uns für einen eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Ich bin der Beste in dem, was ich mache. Und was ich mache, ist gar nicht nett. Okay, das könnte etwas unschön ausgehen. Ich habe getroffen. Ich bin der Beste in die Augen. Das ist völlig wirkungslos. Die Schmerzen überwenden sich fast. Wenn ihr Hilfe anzubieten habt, würde ich sie dankend annehmen. Wenn ihr Hilfe anzubieten habt, bringt euch zu sich. Insgubo euer Störner der Notfallspiel, kratzt ihnen die Augen aus. Habt ihr einen Plan? Wie wurde ich jetzt getötet? Gut. Autosave. Okay, wir brauchen noch mehr Heilung. Quatsch, nicht so viel irgendwie heil. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich bin bergungslos. Ich war schon erledigt. Ich habe getroffen. Okay. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Was immer ihr wünscht. Okay. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Wo sind wir zur命лом? Wir brauchen eine große Heilung. Da ist noch einer von der Sorte Jetzt ist es auf einmal da Ich denke ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen Ich habe getroffen Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln bevor ihr das Gebiet verlassen könnt Rückzug erst mal bitte Natürlich Die Dienerin der Natur ist bereit Hab ich sie jetzt da reingepackt? Wo sind denn die? Ernsthaft, wem habe ich die Genesungstränke gegeben? Ach das sind Regenerationstränke So Dann haltest du dich mal bitte voll Und wir gehen dann wieder rein Das dürfte bei dir nicht helfen, gell? Keldung Das sind noch mehr Golems, okay Eine meiner leichtesten Übungen Oh Oh!